Mein Name ist Christian Bosch, ich bin bei Filiadata im Anwenderservice dort als Anwenderbetreuer tätig. Es geht darum, dass die Menschen bei dm Unterstützung brauchen bei dem was sie tun und wir ihnen dafür die richtigen Lösungen mittels Software und Programmen zur Verfügung stellen. Mein Job ist so eine Mischung zwischen viel Abstimmung, viel Kommunikation mit Menschen, die aus den verschiedensten Fachbereichen kommen, aber auch mit ich muss mal konzentriert und ruhig für mich arbeiten können. Die Anforderungen, die auf dem Tisch liegen, die definieren meinen Tagesablauf. Die wichtigste Eigenschaft als Anwendungsbetreuer ist zuhören und sich die Zeit zu gönnen, gemeinsam die Antworten zu finden. Einer allein kriegt in dieser Komplexität unserer Welt und auch unserer IT-Landschaft kaum noch was gestemmt. Man muss sich Mitstreiter suchen, Mitdenker suchen und gemeinsam mit dem was Neues gestalten. Was ich gemerkt habe, ist, dass die dm-Philosophie einen auch im Privatleben prägt, nämlich denke erst und handle dann und handelnd denke stets daran. Wenn wir gemeinsam basteln, wir lieben ferngesteuerte Autos. Wenn man dann einen Ansatz sucht, wie kann ich da noch den Motor etwas tunen oder etwas schneller machen, dann hilft diese Überlegung auch, um da voran zu kommen. Was man bei dm spürt, der Umgang miteinander ist ein anderer, weil man keine Lösungen vorgesetzt bekommt, sondern man entwickelt die gemeinsam. Man hat Gestaltungsmöglichkeiten, man kann sich einbringen und das ist das, was dm ausmacht. da, natürlich nochmal ein públic an, aber für die Dämpchen zu verliegen. man kann sich mit dem, dass die Dämpchen und der Dämpchen Untertitelung des ZDF, 2020